Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Subsistence hier in Staffel 2. So, es ist morgen, die Nordlichter verschwinden langsam, es wird hell. Ich habe hier alles durchgekocht heute Nacht, Brennstoff ist fast leer. Ich nehme jetzt die Asche raus, lösche das gute Stück und dann werde ich das Lagerfeuer hier wieder zerlegen. Das geht mit Entfernen, unten rechts sieht man es auch, mit Ende kann man es auch versetzen. Das Problem ist, man kriegt es nicht zurück ins Inventar, sondern man kann es nur ein paar Meter zu Fuß verschieben. Deswegen reiße ich das jetzt einfach ab. Wir brauchen ja definitiv ein neues, da wo wir jetzt hingehen für nächste Nacht. So, noch eine Rutsche von denen und hiervon brauchen wir gleich noch einen. Dann haben wir das. Also die nächste Pflanzenfaser ist für ein neues Feuerstarter-Kit, so dass wir da in der Lage sind, das nächste Feuer wieder anzuzünden. Und dann würde ich sagen, Ziel war ja für die Base, so die Mitte der Map und die müsste irgendwo hier so liegen. Das heißt, ich laufe jetzt erstmal Richtung Südosten und dann gucken wir mal, oben links ist übrigens der Kompass, für die, die das noch nicht gesehen haben. Und dann gucken wir mal, wo uns die Reise hier hinführt. Perfekt, das passt. Jetzt brauchen wir noch eine Faser und dann können wir das auch bauen. Und dann sind wir aufgestellt. Nägel fehlten uns noch, die kriegen wir aber mit etwas Glück hier. Ne, nur Komponenten ist aber auch nicht schlimm, das ist auch ein sehr wichtiges Item für später. Nur jetzt hier so am Anfang hilft es noch nicht so viel, aber auf jeden Fall immer mitnehmen. Sobald die Kiste steht, kann man das da drin ja sehr, sehr gut lagern. So, wir machen mal wieder ganz gemächlich hier für den Anfang. Immer schön Richtung Südosten. Eisen auch auf jeden Fall immer mitnehmen, das brauchen wir am Anfang schon. Wie ihr sehen könnt, meine Axt ist ja schon relativ kaputt. Hälfte ist schon weg, da ich nicht vorhabe zu sterben, werden wir da sicherlich bald eine neue bauen müssen. Und die alleine kostet ja auch schon ein halbes Vermögen. Also auch immer da ganz wichtig zu sehen, dass ihr nicht in Wölfe reinrennt, während ihr erzählt. Hat er die Verfolgung aufgenommen? Ne, ich glaube nicht. Okay, ein bisschen Holz habe ich heute Nacht gefarmt. Also ein bisschen was haben wir hier, habt ihr vielleicht schon gesehen, aber ist jetzt nicht die Menge. Also 23 Holz ist in diesem Spiel echt ein Witz. Aber es war halt kalt und ich konnte halt von der Position aus nicht so viel rumlaufen. Darum eben nur ein bisschen. Aber ein bisschen ist besser als nichts. Das reicht auf jeden Fall, um an dem Zielort, wenn wir da gleich angekommen sind, schon mal ein bisschen was aufzubauen. So, dann lasst uns mal gucken. Da unten ist schon wieder, was ist das, ein Schwein? Ja, gut. Schweine lassen dich eigentlich in Ruhe. Ich habe es aber tatsächlich schon geschafft. Das war aber niemals irgendwie zu sehen. Als ich einen Guide aufgenommen, den Guide, den einzigen für Subsistence, den ich aktuell habe, aufgenommen habe, wollte ich demonstrieren, dass die friedlich sind und bin direkt auf ihn zugestürmt. Habe nichts gemacht, bin einfach nur auf ihn zugerannt. Und natürlich hat er sich dann umgedehnt und hat mir eine verpasst. Und die brechen auch gerne das Beinchen. Also da richtig gut aufpassen. Nicht zu nah ran an die Kirchen. So. Schon wieder die Richtung verloren. Mal kurz gucken. Okay, jetzt würde ich schon fast sagen, wir gehen direkt nach Süden. Also nichts mehr mit Osten, nur noch Süden. Und sobald wir da irgendwo eine Art See oder irgendwas finden, wird das unser Zuhause werden. Schauen wir mal. Bin mir nicht mehr ganz sicher, ob da einer war überhaupt. Aber ich meine schon. Ich meine schon. Das hier ist auch eine sehr schöne Ecke. Mit dieser Felswand im Rücken. Hier gibt es nicht ganz so viele Büsche, wo sich die Jäger nachher dran verstecken können. Gibt es hier irgendwo Wasser? Kurz mal hoch. Da unten wäre was. Ist das ein Teich? Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Also das wäre eine Option da vorne. Mal in die Richtung geguckt. Das wäre mir fast noch lieber, ich glaube, da was gesehen zu haben. Ihr seht schon, was ich hier gerade mache. Man kann so ein bisschen mit dem Hoch- und Runterdrücken der Map was sehen. Also eigentlich sollte da vorne hinter dem Hügel auch noch ein Teich sein. Den wolfele ich natürlich umlaufen. Kann aber auch sein, dass das der große See war, wo wir schon dran gestartet sind. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Da waren auch keine Nägel drin. Also die sind mit Nägel sehr sparsam hier am Anfang, merke ich gerade. Zack. Schauen wir mal, den dicken Baum hier nehmen wir natürlich noch mit. Aber ich glaube, der See ist tatsächlich der große da hinten. Gucken wir gleich nochmal ein Stück hier vorne über den Berg. Sonst nehmen wir den anderen, den wir da gerade links gesehen haben. So, hier nochmal schnell die Baumlaufe. Da war sie schon. Achso, guck mal, das Feuerstarter-Kit habe ich noch gar nicht gebaut. Das mache ich jetzt auch mal direkt. Noch ein... Oder hatte ich das schon? Ne, habe ich nicht. Okay. Ein paar Pfeile haben wir noch. Nägel sind jetzt gut. Das ist schön. Okay. So, dann gucken wir mal einmal hier rüber. Da ist noch ein Hühnchen. Renn nicht so weit weg. Jawoll. So, tauschen wir mal wieder ein gegen drei. Vier Pfeile. Hier gibt es nochmal Fasern. Ich lasse mal erstmal noch ein paar Pfeile. Wie viele hat er jetzt noch? Zwei. Wobei, das ist nicht genug. Auch wenn ich da einen Wolf machen muss oder so, dann bauen wir die doch jetzt lieber schon nach. So, wie war das doch gleich? Noch vier Stöcke. So. Das Fleisch ist für später. Das Feuerstarter-Kit ist für später. Und wir brauchen immer noch die Kiste, die wir jetzt bauen können. Mache ich jetzt mal. Und jetzt fehlen wieder zwei Nägel. Aber das ist kein Problem. Die Kiste steht. Das war erstmal wichtiger. Da wir ja mittlerweile fast an der Location sind, wo ich hin will. Aber nee, ich glaube, hier gibt es tatsächlich keinen See. Nochmal kurz geguckt. Ah, wobei. Gucken wir hier nochmal hinter den Steinen. Da rechts von uns. Da. Da ist doch einer. Aber das ist... Das sind zwei dicke Tiere da vorne. Ein Wolf und ein Bär. Das ist doch ein Ableger von dem Großen, oder? Nee, das ist nochmal ein separater See. Also entweder nehmen wir den oder den hier. Mal kurz mal gucken. Nee, ich glaube, da finde ich den anderen doch besser. Ja, wir nehmen den anderen. Oder? Ja. Machen wir. Von der Location her ist das hier jetzt natürlich auch nicht so schlecht. Hier wäre ein schönes, flaches Bauland. Nee, wir nehmen den anderen. Der ist mir noch nicht zentral genug. Mal kurz mal gucken, dass die Richtung passt. Hier müsste der irgendwo gewesen sein. Jetzt laufen wir quasi direkt drauf zu. Bären mitnehmen. So, irgendwo hier müsste die Pfütze sein. Das ist nun Hase. Hasen kann man auch mit dem Bogen erschießen. Übrigens, wenn man mit der Pistole auf die kleinen Tiere geht. Hase und Hühnchen. Dann, ja, wie soll man das sagen? Die zerfetzen quasi förmlich und sind unbrauchbar. Kriegt dann nur so Fleischfetzen oder sowas. Kann man nichts mit anfangen. Also da definitiv nur mit dem Bogen drauf schießen. Oder wie gesagt, so einfangen. Na, wenn ich jetzt... Dahinter müsste es sein. Hinter diesem Felsen hier. Ach nee, das ist doch die Höhle, von der ich vorhin so geschwärmt habe hier. Sind wir eigentlich viel zu weit nördlich. Da vorne. Ja, da ist er. So, wir wurden gerade angeknurrt. Von wo weiß ich nicht. Deswegen laufen wir jetzt einfach mal in diese Richtung. Und ich bin mir sicher, dass wir hier gleich irgendwo auf Wasser stoßen. Ich hoffe es zumindest. Oh, Baumwollsamen, Leute. Das ist richtig gut. Aktuell noch nicht. Aber für später auf jeden Fall. Ah nee, ich habe noch keine Nägel wieder gefunden. Für den letzten Pfeil, beziehungsweise die letzten beiden Pfeile. So, komm schon. Hier irgendwo war doch ein See. Da bin ich mir sicher. Da vorne ist Wasser. Aber ich glaube, das ist schon wieder der große, der zweite große See. Da hinten kann das sein. Kurz mal auf den Map geguckt. Ja, das könnte tatsächlich der zweite große sein. Kann aber auch der kleine Teich sein, den wir eben eventuell gesehen haben. Wir gucken mal. Wir laufen mal erst runter. Nee, das ist nur ein Teich. Ich habe noch mal geguckt. Ja, das ist unser neues Zuhause, Leute. Darf ich vorstellen? Zu Hause. So, nehmen wir den Quatsch hier noch mit. Und den hier auch. Zack. Ich höre jetzt auf zu sprinten. So, hier haben wir Wässerchen. Finde ich gut. Und da ist der Bär. Finde ich nicht gut. Was wächst da? Kartoffeln. So, also ich würde jetzt fast sagen, der Felsen hier gefällt mir richtig gut. Ich möchte meine Bärs diesmal ein bisschen anders bauen. Dieser Bär geht mir auch in den Zeiger. Den müssen wir mal eben... Der kommt doch nicht hier hoch, oder? Ich höre ihn da rumgrunzen irgendwo. Da unten ist er. Halt mal still, bitte. Habe ich überhaupt genug Pfeile für den? Vier Schuss. Das wird nicht reichen. Da muss ich mit der Pistole gleich den Rest machen. Aber der muss weg. Irgendwo hinten. Ja, wenn ich da runterfalle, ist auch Kuchen. Ne, das hier scheint die beste Position zu sein. Treffer. Treffer. Boah, ein Level 3er auch direkt. Daneben. Treffer. Und Pfeile leer. Wie viel hat er jetzt noch? Treffer. Treffer. Daneben. Treffer. 74. Ich habe noch drei Schuss. Kann ich nochmal laden? Ja. Okay, nochmal voll. Okay, dann kriegen wir ihn aber. Wenn ich ihn dann treffe. Zweimal daneben. Das kann ich mir eigentlich nicht leisten. Einen noch, oder? Zwei. Noch einen. Jetzt haben wir ihn. So, jetzt langsam runter. Habe ich noch, Muni? Einen einzigen Schuss haben wir noch. Oh, das ist ganz schön hoch. Ich hoffe, dass das gut geht. Boah, Glück gehabt. Sehr schön. So. Sehr gut. Also, Essen ist schon mal... Oh ja, guck mal. Richtig schick. Sehr cool. So, schnell Hände waschen. Einmal gucken, dass wir was trinken. Wobei, komm, wir essen mal das Fleisch von letzter Nacht noch. Dann essen wir die Kartoffel und die beiden Beeren. Trinken nochmal ein Schlückchen hinterher. Füllen die wieder auf. Und dann würde ich sagen, können wir uns mal ums Base bauen. Also, ich könnte jetzt auf dieser Seite bauen. Direkt an den Felsen ran. Dann könnten die Jungs nur von vorne quasi vom See aus kommen. Problem ist, dass die sich halt immer verstecken in den Büschen und so weiter. Dann sehe ich die nicht. Die sehen mich, ich sehe sie aber nicht. Das ist mies. Wenn ich hinterm Stein baue, dann habe ich das Problem mit den Büschen nicht. Habe aber wieder einen ewig weiten Weg für meine Beete. Das wäre aber nur am Anfang so. Weil später kann ich mit BKE-Verlängerung meine Base auf den See ausbauen. Quasi. Keine Pfeile mehr. Keine Pfeile. Okay, also ich baue auf der Rückseite des Steils. Wir nehmen die Kiste hier gerade noch mit. Ich hoffe, dass ich da nochmal ein paar Nägel rausbekomme. Ei. So, da ist schon mal der Pfeil wieder drin. Der nächste kommt auch gleich noch. Irgendwo war doch hier eben noch eine Kiste. Oder ist die schon despawned? Da ist es sehr cool. Sehr gut. So. Haben wir das auch. Also wir hätten jetzt schon wieder genug Pfeile für den Fall, dass... Wo sind sie denn? Da. Vier Pfeile Tomatensamen haben wir. Das ist sehr gut. Gut, aber bevor ich jetzt hier anfange, irgendwo Remi-Demmi und Action zu machen, würde ich jetzt erstmal die Base basteln wollen. Entweder hier. Ne, ich glaube, hier ist ganz gut. Hier vorne. So, ich kann mich jetzt natürlich auch irren. Und die Jungs können dann einfach auf die Steine drauf. Das wäre natürlich Käse, wenn das so wäre. Aber ich glaube nicht, dass es so ist. So, Fundament steht. Die Kiste kommt so ein bisschen hier hinten rein, dass sie so rausguckt. Und jetzt geht das los. Das bauen wir später. Kann also rüber. Wie ging denn das nochmal? So. Das kann rüber. Das kann rüber. Das kann auf jeden Fall rüber. Ganze Munition kann rüber. Das kann rüber. Das können wir schon mal rüber schmeißen. Den Anzünder werden wir gleich brauchen. Ein paar Stöcker kann ich schon mal bauen. Das kann rüber. Die Angel packe ich erstmal noch mit rüber. Das packe ich rüber. Das müssen wir gleich kochen. Und die Angelschnur packe ich auch rüber. Gut. Dann machen wir jetzt noch das Lagerheuer. Das stelle ich für den Moment erstmal dorthin. Pack ein bisschen Brennstoff rein. Das sollte jetzt nach Möglichkeiten nicht mehr ausgehen. So ist zumindest der Plan. Schauen wir mal, inwieweit das funktioniert. Wasser brauche ich nicht. Koche ich jetzt erstmal alles an Fleisch durch. Anzünder rein. Und los geht's. Ich ballere jetzt mal alles an Stöckern durch, was ich hier habe. So. Dann gucken wir nochmal hier. Wie viele Nägel haben wir noch? Vier. Für eine Wand brauchen wir zehn. Das heißt also, wir müssen jetzt auf jeden Fall einen Ausflug machen. Nägel besorgen. Ich sortiere mal die Kiste gerade so ein bisschen durch. Die Sachen, die ich aktuell definitiv nicht gebrauchen kann. Kommen erstmal nach unten. Pistolenmunition. Das hier. Das können wir alles erstmal machen, wenn die BKE steht. Asche brauchen wir auch erstmal nicht. Das bleibt oben. Tomatensamen kommen runter. Nägel bleiben oben. Die Angel können wir gebrauchen. Das können wir gebrauchen. Das können wir auch erst, wenn die BKE steht. Ne, das geht auch früher. Aber ist egal. Das brauchen wir nicht so oft. Okay. So bin ich erstmal zufrieden mit der Ordnung. Hühnchen ist gar. Stöcker sind jetzt genug. Es ist halb gar. Können wir das Wasser schon mal reinwerfen. Hühnchen essen wir direkt. Und wenn das gleich alles durchgekocht hier ist. Oder beziehungsweise gleich durchgekocht ist. Dann laufen wir mal los. Und gucken mal, dass wir so eine kleine Runde zusammen machen. Immer noch halb gar. Da ist es. Zack. Essen wir noch eins von. Eins heben wir uns auf. Nehmen wir mit. Und das Wasser darf noch fertig werden. Brauchen wir das überhaupt? Ja, so einen Schluck. Können wir nochmal trinken. Dann schmeiße ich die Flasche da gleich nochmal rein. Dass die schon mal mitkochen kann. Da ist sie schon. Sehr cool. So. Trinken. Das einlagern hier. Das brauchen wir nicht mitnehmen. Flasche nochmal voll machen. Und dann machen wir uns direkt los. Hauptziel sind Kisten. Da ist schon eine. Die nehmen wir natürlich mit. Lass sie nicht stehen. Fasern nehmen wir natürlich mit. Sehr nice. Können mal kurz gucken, ob es hier Algen gibt. Damit kriegen wir nämlich auch den Vitaminwert recht gut hoch. Da vorne wäre eine. Und die verderben nicht. Da würde ich dann auch gerne zusehen, dass ich so schnell wie möglich mal so fünf Stück in Reserve habe. Als für das Gegenmittel nachher. Wenn wir dann doch mal infiziert sind. Weil irgendwann wird es passieren. Da können wir uns anstrengen, wie wir wollen. Ja, das macht jetzt den Kohl nicht fett. Aber ein bisschen war es. So. Dann lasst mal schnell nochmal zurück. Da hinten ist nochmal eine Kiste. Die holen wir uns gleich. Einen Wolf könnten wir noch erledigen. Sehe ich aber aktuell keine Notwendigkeit. Weil die Werte sind eigentlich sauber. Können wir uns später noch mit auseinandersetzen. So. Sehr schön. Sehr schön. Dann können wir die Pistole nochmal nachladen. Da hinten habe ich eben noch eine Kiste gesehen. Irgendwo. Erze. Wo ist denn die andere Kiste? Die habe ich zwar nicht gesehen, aber die nehmen wir natürlich trotzdem mit. Da sind auch Nägel drin. Sehr gut. Da vorne sind Fasern und der Wolf. Wo ist denn jetzt die Kiste hin, die ich eben von da hinten gesehen habe? Jetzt doof. Ich weiß es nicht. Aber da hinten steht glaube ich auch eine. Laufen wir da mal hin. Ganz gemütlich mal. Wo ist er? Kommt er uns entgegen? Ich glaube, aber die Kiste kann ich unmöglich stehen lassen. Kurz mal gucken. Wo bist du denn jetzt? Jetzt kommt er uns glaube ich entgegen. Okay. Also dieses Gebiet hier gefällt mir in der Hinsicht schon aus dem Grund ganz gut, dass hier alles voll ist mit diesen Felsen. Das heißt, wenn wir nachher die ersten Auseinandersetzungen haben mit Banditen und Jägern, kann man unheimlich gut um die Felsen rumlaufen, auf die Felsen draufhüpfen, so dass man halt einen vernünftigen Schusswinkel hat und die so ein bisschen, ja, wie nennt man das, selektieren kann irgendwie, dass man halt, weil die kommen halt meistens dann in Zweier-Dreiergruppen später und wenn du sie um den Stein ziehst, kannst du es dann nachher so drehen, dass du dich immer nur mit einem auseinandersetzen musst, der auf dich schießt, während du auf ihn schießt. Da ist noch eine Kiste, der Wolf hat abgelassen. Obwohl, das kann nach. Ja, er ist dran. Wir versuchen mal, während wir vom Wolf weglaufen, noch das Hühnchen zu fangen. Mal gucken, ob das klappt. Das nennt man dann Ausdaueroptimierung. Wenn uns das Hühnchen nicht noch in andere Tiere reinlockt. Ein paar Kisten, schon mal schön. Ich glaube, der Wolf ist schon lange weg. Weißegal, ich versuche es trotzdem nochmal. Nup, meine ich. So, wo war die Kiste? Das war eine Baukiste, da ist sie. Nehmen wir, 18 Nägel. Guck mal, das reicht schon wieder für ein Fundament. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt wieder langsam auf den Weg nach Hause. Nehmen natürlich noch Kisten und Fasern mit, die wir finden. Hauen noch so ein, zwei Bäume, dass wir vielleicht schon mal eine Wand aufstellen können oder sowas. Mal gleich mal gucken, was das zu Hause so hergibt. Ein bisschen Brennholz brauchen wir ja auch noch. Und ich glaube, es wird auch gleich dunkel werden. So, das haben wir. Also Ziel für den ersten Winter wäre eine etwas größere Base. Ich sage mal so 2x3 oder 3x3 wäre schon schick. Das ist jetzt auch wieder tricky und riskant, was ich hier mache. Aber ich mache es trotzdem. Schon wieder den Nächsten und Bären. Also Tiere gibt es hier genug. Okay, weit genug weg. Ist der da vorne, der mich eben angeknurrt hat? Nur ein paar Pflanzenfasern mitnehmen. Ist das da unten noch eine Kiste? Ja, ne? Da ist noch ein Kistchen. So, dann machen wir direkt schon mal wieder ein paar Bretter. Ein paar Seile. Und ich glaube, dann sind wir zumindest schon mal so weit, dass wir vielleicht noch ein Fundament aufstellen können. Noch eine Wand. Gucken wir mal einmal. Was wir so hinkriegen. Noch ein bisschen Brennholz mitnehmen. Auch schon wieder vergessen, was ich sowieso noch in meiner Kiste liegen habe zu Hause. Aber ein bisschen Baumaterial dürfte es auch noch sein. Und ich glaube, anhand der Nägel. So viel haben wir jetzt ja auch nicht gefunden. Da sind eh im Höchstfall vielleicht zwei Dinger drin oder so. Viel mehr wird es nicht sein. So. Da sind wir wieder daheim. Keine Kisten zu sehen aktuell. Da hinten den Wolf. Vielleicht den könnten wir uns, glaube ich, gleich noch holen. Vor allem was zu essen am Start kriegen hier. So. Also. Wir nehmen raus. Das, 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 das. Nee, Holz hatte ich tatsächlich nichts mehr. Essen haben wir auch nichts mehr. Wasser ist durchgekocht. Dann lass uns mal hier so machen. Und so. Dann alles aussortieren, was wir nicht mehr brauchen. Für den Moment. Asche noch weg. Die Munition kann ich nachladen. So. Dann lass uns mal sehen. Ein Brett wäre noch eine, wäre schon mal eine Wand. Zwei Bretter wäre noch, oh, wir haben 40 Nägel, Leute. Dann machen wir doch lieber noch ein Fundament, oder? 40 Nägel ist schon richtig gut. Packe ich mal die Hälfte von in die Kiste. Halbieren. Und drüber. So. Da machen wir noch mal ein Stückchen von. Und dann machen wir das Fundament. Und die Seile. So. Und jetzt können wir mit drei Seilen noch ein Fundament bauen. Tatsächlich. Ich brauche nur halt noch mal fünf Bretter. Sollte aber kein Problem sein. Dann lass uns mal den Wolf organisieren. Proteine esse ich gerade noch schnell. Lagern wir das hier wieder ein. Und das Fundament. So. Oder so. Oder vorne erstmal dran. Ne, ich glaube, ich baue es erstmal vorne dran. Ja, das finde ich, glaube ich, besser. Dann haben wir hier so ein bisschen Platz. Dann kommen wir hier vernünftig drauf. Und dann lass uns jetzt mal gucken, dass wir den Wolf mitnehmen. Es wird sowieso schon wieder dunkel. Also drei Schuss brauchen wir. Ist wieder ein Level 1 ab. Bleib stehen. Das ist nicht cool. Laufen. Da ist eine Kiste. Einmal. Zweimal. Dreimal. Erledigt. Guck mal. Das läuft ja wie ein Länderspiel hier. Kiste gleich noch mitnehmen. Da ist ein bisschen was zu essen drin. Hände waschen, ganz wichtig. Und da ist jetzt das Problem. Wir haben halt keine Pfeile mehr jetzt. Das war's. Einen habe ich auch noch verschossen. Müssen wir erstmal ein paar Hühner besorgen. Das heißt, ich würde jetzt gucken, dass wir vielleicht als nächstes doch erstmal noch ein paar Pfeilen aufstellen. Hände waschen. Faser mitnehmen. Holz mitnehmen. Was brauchen wir für eine Falle? So eine Kleintierfalle. Seile und Stöcker. Guck mal. Nehmen wir mal ein bisschen Holz mit. Sollte das auf jeden Fall klappen. Und dann stellen wir mal zwei davon auf. Und dann müssen wir gleich nochmal gucken, mit was wir die dann beködern. Aber ich denke, das sollte funktionieren. Wenn wir uns anstrengen. Ich glaube, Heilkräuter müssten wir haben. Sehr gut. So. Die Faser nehme ich natürlich noch mit. Okay. Meine ganz dumme Frage. Habe ich diesen Baum eigentlich jemals gehackt? Nee, ne. Direkt neben mir zu Hause. Habe ich noch nie gegen gehauen. Machen wir mal. So. Dann machen wir mal ein paar Stöcker. Wie viel sind das? Sechs oder acht? Ich glaube, acht. Und vier Seile. Das ist natürlich heftig. Es sind tatsächlich acht. So. Erste Kleintierfalle steht. Gucken wir mal, was wir hier noch an Seilen rausbekommen. Stöckchen und Seile. Nägel rüber. Das rüber. Das rüber. Das rüber. Das rüber. Das rüber. Noch ein Seil. Das kriegen wir ja hin. Dann kriegen wir die zweite Kleintierfalle hin. Dann lasst uns mal nach Köder gucken. Ich weiß nicht, wie viel wir davon brauchen. Müssen wir gleich mal gucken. Machen wir mal so. Da kommt das Seil. Dann haben wir das auch fertig. Dann lasst uns mal einmal noch Fleisch aufsetzen. Und die Falle schon mal aufstellen. Oh, jetzt ist es dunkel. Also ich würde die erste jetzt mal hier irgendwo hinpacken. Das war zu weit. Also einer reicht nicht. Zwei reichen nicht. Drei Stück. Okay, das ist eine Menge. Aber sollte gehen. Ja, man kann alles Mögliche reintun. Ich müsste nur alles Mögliche haben. Das ist der Nachteil. So, dann lasst uns die Falle mal auf die Seite bauen. Hier irgendwo hin. Und dann packen wir da die anderen Heilkräuter rein. Zack. Und dann haben wir das auch schon mal geklärt. Jetzt wieder zurück. Fleisch dürfte gleich fertig sein. Ne, ist noch nicht. War noch nicht mal halbfertig, ne? Ja gut, komm. Dann lasst uns noch einmal zum See laufen. Das Wasser noch mal auffüllen. Dass wir das auch schon mal haben. Und dann schmeiße ich euch raus. Werde die Nacht noch mal nutzen. Und hoffentlich ohne Sterben noch mal ein bisschen Holzhacken gehen. Da lang. Da ist das Wasser. Auffüllen. Wenn wir zurück sind, dürfte das Fleisch dann auch fertig sein. Aber ich glaube, die Location doch. Die finde ich schon mal ganz gut. Wie sie wirklich funktioniert, werden wir dann sehen, wenn wir die ersten Angriffe reinbekommen. Aber ich denke, für den Moment ist das schon eine gute Sache. So. Also Fleisch fertig. Wasser rein. Holz noch rein. Asche raus. Das raus. Das raus. Gut. Also in diesem Sinne. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns hier morgen wiedersehen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.